Es waren schon Situationen, wo ich oft unvorsichtig war. Und erst Jahre später ist mir aufgegangen, dass ich unfähig war, mir Gefahr vorzustellen. Damn, this is for your Africa! War der Zohler, feierbargern! Tschüss, Mama. Bis bald. Ich bin mit der Presse. Ich bin ein Reporter. Mit der Telegraph in London. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du denn? Ich beginne zu haben seconden Gedanken über das, was ich dachte über das war. Okay, it's obviously not allowed to carry, oh what the hell are you doing? Are you carrying a Koloshnikov? Get out of my fucking way! Whoa, whoa, whoa. This is liberation, this is a moment. And it's becoming a more and more epic journey. Shoot up in the air! Amen. Untertitelung des ZDF, 2020